Willkommen Fußballfreunde, das Duell der beiden Borussias aus der Bundesliga ging endlich mal wieder hier an Klappbach. Sie gewann 1 zu 0, das Team von Adi Hütter eigentlich vor der Partie, ja der klare Außenseiter auf einem Relegationsrang. Aber jetzt haben sie sich zurückgekämpft, man muss natürlich auch sagen, es war ein bisschen glücklich. Zweimal glücklich, einmal das Tor von Zakaria, das war so ein bisschen Pingpong, da hat er mal ein bisschen Glück, dass er dagegen mehrere Leute den Ball irgendwie behauptet. Ball kommt immer wieder zurück, dann macht er das Ding rein, schön. Dann aber auch Moda Hütter fliegt runter mit Gelb-Rot und das war eine ziemlich harte Entscheidung von Adi Kinn. Es war ein Abwinken von Moda Hütter, was er gelb würdig quasi belastet hat und er hatte schon Geld, dann war es Gelb-Rot. Ich bin ganz ehrlich, für mich muss man diese Gelb-Rote nicht geben. Klar kann man das irgendwo so definieren und sagen, ja die ist Abwinken, das ist dann Gelb. Aber sind wir ehrlich, wir oft winken Leute so ab in so einem Spiel, wenn sie es jetzt nicht ganz direkt zum Schiri vor seinem Gesicht machen. Freunde, kann man die Karte auch stecken lassen, bin ich ganz ehrlich, weil mit dieser Entscheidung hat Adi Kinn im Endeffekt dieses Spiel beeinflusst. Danach konnte Dortmund nicht wieder anknüpfen, Gladbach hat gut gespielt, keineswegs überragend. Ja, ist ja auch in ihrer Lage, sage ich auch klar, dass du da jetzt keinen Champagner-Fußball spielst. Das Team von Adi Hütter war ganz wichtig, dass sie jetzt diesen Dreierpunkt jetzt hier quasi geholt haben, damit sie jetzt quasi so einen positiven Lauf starten können. Dortmund natürlich gehandicapt, ohne Haarland, ohne Reus vorne, ganz klar. Dann noch die Gelb-Rote Karte von Moda Hüttern, wusste ich auch schon, okay, die werden das Ding nicht mehr drehen. Naja, eure Meinung in die Kommentare, was sagt ihr auch zur Schiri-Leistung, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.